Hey Leute, Willkommen auf meinem Kanal und herzlich Willkommen zu Pattaya in Thailand. Die letzten Tage war sehr windig, heute hat der Wind etwas nachgelassen, aber es sind immer noch so 29-30 Grad im Durchschnitt. Wundervolles Urlaubsfest. Ich mache YouTube nur zum Hobby. Wenn ihr mich unterstützen wollt und euch die Videos gefallen, lasst ein Like da oder ein Abo. Ich habe keinen Sponsor, keinen Werbepartner, bei mir gibt es auch keinen Spendenlink. Ich mache das nicht professionell, einfach nur auch für mich als Erinnerung und zum zeigen, was man für Erlebnisse im Urlaub haben kann. Und ich hoffe, dass hier in Pattaya ein paar gute und interessante Videos rauskommen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020